Was ist das, was mir ein Rundum-Sorglos-Paket anbietet, in dem von der Reisebuchung über das Destination Management virtuelle Zimmer und Autoschlüssel und Online-Banking verbinden würde, sodass ich alles mit meinem Smartphone erledigen kann. Alle Wünsche gleichzeitig erfüllt und auch auf die Bedürfnisse der jungen Leute eingeht, da ich glaube, die Generation oder unsere Generation vielleicht auch andere Bedürfnisse hat als die ältere Generation. Die mich direkt ins Reiseziel katapultiert, entweder per Beamen oder per 3D-Video. Die perfekt für mich ist, die alles zusammenhält, was ich während meiner Reise und vor meiner Reise und nach meiner Reise benötige. Das heißt, Informationen gibt, wichtige Sachen gibt vor Ort, die Buchungsmöglichkeiten und auch Reiseunterlagen, vielleicht sogar auch meinen Personalausweis und so weiter in einem Safe hinterlegt. Die eine Reise ermöglicht, die schnell, unkompliziert und in einem Handumdrehen buchbar ist. Mich bei der Planung von Rundreisen durch die Welt unterstützt und mir dabei wirklich das gibt, was ich auch erwarte, mir eine gute Vorerfahrung liefert, was mich auf dieser Reise erwarten kann. Mich bei meiner Reisebuchung wirklich unterstützt, die mir Vorschläge macht, was für mich interessant ist als Reise, die mir das Buchen einfacher macht, die hübsch gestaltet ist, die ansprechend ist, auf mich als Typ bezogen. Die mir das Buchen noch viel einfacher macht, bis jetzt nutze ich fast ausschließlich Reise-Apps für Flugbuchungen. Bei der halt wirklich ein Profil angelegt wird und die letztendlich halt mehr mich interaktiver in die Reiseplanung integriert. Und wenn ich jetzt nur Vorschläge mache, die halt allgemein gelten, sondern wirklich zugeschnittene Informationen liefert. Unterschiedliche Transportmittel, unterschiedliche Unterbringungsarten, frei kombinierbar macht. Die mir alles sagen kann, von der Anreise bis zur Unterbringung, Zurückreise, Kultur, Begutachtung, was mich das dann letztlich tatsächlich kostet. Mit der ich alles abdecken kann. Ich bin jetzt hier gerade in Berlin, Messe und wenn ich jetzt hier auf die App gehen könnte, die würde mir den Weg von A nach B inklusive Flug alles zur Verfügung stellen, wo ich nichts mehr einzeln planen müsste, mit der ich auf einer Plattform alles, den kompletten Prozess durchbuchen könnte. Die Reise-App müsste intuitiv erkennen, was sich die Menschen wünschen. Die mir direkt schon das zeigt, das Angebot zeigt, was ich möchte, dass ich nur noch auf Yes, I'm in klicken muss. Die mir hilft, das zu finden, was ich mir wirklich vorstelle. Die Customer Journey nicht nur mein zu verstehen, sondern die Customer Journey so richtig versteht. Also vor der Reise, während der Reise, nach der Reise oder mit anderen Worten eine App, auf die irgendwie Leistungsträger, Mittler, Veranstalter gleichzeitig zusammenarbeiten, miteinander arbeiten. Alles kann, was mit einer Reise verbunden ist, buchen, ändern, verlängern, hinzufügen und das alles mobil und zwar da, wo ich gerade bin. Die mir schon, bevor ich ankomme, sozusagen mein Haus oder meine Wohnung, meine Unterkunft vorab schon so steuert, wie ich sie gerne haben möchte, wenn ich ankomme. Und mir einen effizienten Aufenthalt im Hotel biete, sehr leicht zu bedienen ist und relevante Ergebnisse schnell liefert.